4. Lussan Torgon 4. Lussan Torgon Das wird grimper! Die Etappe wurde ein bisschen kürzer als geplant. Wie ändert man dann seinen Plan für den Tag? Es wird wahrscheinlich intensiver gefahren, denke ich sicher. Und der Berg am Schluss wird noch entscheidender als er ohnehin schon gewesen wäre. Du bist jetzt seit Anfang der Woche mit dem Team von SwissCycling. Wie läuft es mit den anderen Jungs? Es läuft super. Wir sind ein tolles Team. Ein guter Spirit haben wir da. Es macht wirklich Spass. Die Etappe wird auf 14.35 Uhr. Die Etappe wird nicht mehr wert. Sie sind auf alle Echelungen. Mit zwei Kurs in den Echafels. Ein Kurs ist auf der Bedeutung. und die Anstrengung in der Mitte des Ascensions. Paul Antalman nimmt seine Runde. Simon Spilak, der schlägt. Welche Anstrengung von der Schwiss-Cycling-Leader. Georg Karty wird mit Roglic zu essen. Es ist ein sehr komfortabel für Simon Pelot, der hat das Klasse-Klasse gespielt. BliBlaBlo. Multimedia. Multiplaisir.